Achso, genau, ich wollte gerne ein, ein, ich wollte gerne, bevor wir ins RP gucken, Chat, ein Video mit euch spielen. Moment, das habe ich, das ist ein richtig geiles Thema. Äh, da ist das, das ist zwar schon acht Tage, aber das ist ein sehr geiles Thema. Also hoffe ich, dass es so ist, wie ich dir das vorstelle, dass man schaut, wo das hingeht und so. Ähm, das Video ist von, von Simplicimus. Macht man eins, wer das kennt? Das Thema, das Video heißt, warum du nie Geld hast. Wir hätten am Ende des Monats wahrscheinlich alle gerne etwas mehr Geld übrig, weil... Geld schmeckt im Grunde am besten. Häufig ist man verblüfft über bestimmte Einkäufe, die man irgendwann mal spontan getätigt hat. What, habe ich wirklich so viel Geld bei Spitch gelassen? Vielleicht habt ihr euch aber auch schon mal dabei ertappt, wie ihr das Ben und... Das war ein richtig krasser Sidekick. Das war ein richtig krasser Sidekick. ... und Jerrys doch nicht in den Einkaufswagen packt, weil es 50 Cent teurer geworden ist. Wenn das neue Handy aber plötzlich 700 anstatt 650 Euro kostet, ist das irgendwie in Ordnung und brennt nicht so sehr. Bei all dem Chaos kann man sich auch eigentlich nur falsch entscheiden. Im Supermarkt schreien ein überall Rabatte, Rabatte an, im Internet kriegt man panische Angst, den nächsten Krypto-Hype zu verpassen. Und Bausparvertrag und Riester-Rente klingen nicht nur extrem ungeil, sondern betreffen mich aktuell eh nicht, weil liegt ja in der Zukunft. Wir Menschen tun uns wahnsinnig schwer, klug mit unserem Geld umzugehen. Es gibt tatsächlich ein ganzes Forschungsgebiet, das unser Fehlverhalten, unsere Irrglauben und Illusionen analysiert. Alleine zu glauben, man wäre unvoreingenommen in seinen Entscheidungen, ist schon ein Irrtum in sich. Schauen wir uns deshalb mal gemeinsam an, was wir im Umgang mit Geld alles falsch machen und was wir daraus vielleicht lernen können. Macht mal eine Eins, wer von euch jemand ist, der ein Problem damit hat, wer sich damit schwer tut, Geld nicht auszugeben. Also wer einer ist, der wirklich viel shoppt. Ein vernünftiger Überblick über seine eigenen Finanzen ist beim Umgang mit Geld extrem wichtig. Finanzguru kann euch dabei helfen. Egal ob Girokonto, Depot oder Kryptobörse, alles kann eingebunden werden. Alle deine Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und übersichtlich aufbereitet. Ist dein Konto einmal verbunden, zeigt die App automatisch und übersichtlich alle deine Verträge an. Überflüssige Verträge können sogar per Fingertipp rechtssicher gekündigt werden. Die App an sich ist dauerhaft kostenlos. Mit Finanzguru Plus kannst du weitere... Ich frag mich, ob er auch so mit dir redet, wenn du vor ihm stehst. Und dann haben... Das ist so... Dings, ja... Weil er hat so eine coole Erzählerstimme, aber ich glaube, der redet nicht so, wenn man mit einem redet, ne? ...eure Features nutzen, um deine Finanzen tiefer zu analysieren. Dazu gehört zum Beispiel das frei verfügbare Einkommen. Also wie viel kann ich noch ausgeben? Oder smarte Budgetvorschläge für verschiedene Lebensbereiche. Nein, Chet, ich weiß, dass es ein Placement ist, aber ich gucke sein Video. Mit dem Code SIMPLY könnt ihr Finanzguru Plus einen Monat lang kostenlos testen. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr euch die App ganz einfach runterladen, euch registrieren, euer Konto verknüpfen und den Code im Reiter mehr... Klingt vielleicht komisch, aber 100 Euro sind bei weitem nicht gleich 100 Euro. Jeder nimmt Geld anders wahr. Allein die Art des Zahlungsmittels kann uns beeinflussen. Mit einer Kreditkarte ist man beispielsweise eher bereit, den neuen Cheers-Sweater zu kaufen, als in bar. Und wären 100 Euro genauso viel wert wie 1000 Simpli-Dollar, würden wir gerne in Euro shoppen gehen, aber in Simpli-Dollar bezahlt werden. Einfach, weil es sich besser anfühlt, 1000 Euro von irgendwas zu kriegen, als 100 zu kriegen. Und 100 auszugeben, fühlt sich besser an, als 1000 auszugeben. Mitunter deshalb war der Aufschrei in Deutschland groß, als Gehälter nicht mehr in D-Mark ausgezahlt wurden, sondern in Euro. Dabei sind die Gehälter eigentlich gleich geblieben. Ja, ich empfinde große Traurigkeit, weil mir das nicht so gefällt mit der D-Mark. Wir stufen Produkte meistens in simple Kategorien wie günstig, akzeptabel und teuer ein und treffen darauf basierend Entscheidungen. Die Grenze ist dabei häufig ein glatter Preis, sodass 2,99 Euro vielleicht akzeptabel für die Tiefkühlpizza erscheinen, aber alles ab 3 Euro als teuer angesehen wird. Entsprechend wählen Unternehmen häufig Preise knapp unter diesen Schwellen. Ja, safe. Wie wir Preise einstufen, hängt auch davon ab, ob wir einen Vergleichswert haben. Wie viel kostet die Pizza in anderen Supermärkten? Und wie viel habe ich letztes Mal ausgegeben? Deshalb arbeiten Geschäfte häufig auch mit Rabatten, um fiktive Vergleichs... Oder was sind die größten Schnacker-Rabatte, die ich in meinem Leben je gesehen habe? Äh, ich wollte bei Black Friday etwas kaufen, Chat. Äh, ich wollte bei Black Friday etwas kaufen. Diese Black Friday ist sowieso Maschara, das ist kompletter Schmutz, einfach nur, äh, Dings. Also so, wie ich das mitbekommen habe, auf jeden Fall. Ich wollte etwas kaufen gehen. Mann, verdammt, was war das? Ich will euch nichts Falsches erzählen, was war das? Ich wollte auf jeden Fall etwas kaufen gehen, Chat. An dem Tag war es 50 Euro günstiger, als es sonst war. Stand da drauf. Handy, Handy habe ich... Genau, ich küsse euer Herz. Handys für die Kinder habe ich dort gekauft. Handys für die Kinder habe ich dort gekauft. Hör zu. Ich habe, äh, das war das Samsung A23 oder sowas. Oder A21. Das wollte ich haben. Zwei Wochen vor Black Friday habe ich mir das angeschaut. 199 Euro. Bei Amazon, ganz normal, 199 Euro. Mit, äh, mit, ja, so, mit, ähm, halt so allem drum und dran, komplett. Ich gehe Black Friday gucken. Da waren noch irgendwie fünf oder sechs Stück davon da. Das war so ein Riesenhaufen. 249 Euro. Ich kam nicht klar. Ich habe, ich, ja, ich kam nicht klar. Ich meine, ich kaufe das nicht. Dann, dann bestelle ich das lieber, ähm, und warte noch eine Woche. Dann ist es wieder 50 Euro günstiger. Es war 50 Euro teurer, Wallah. Es war 50 Euro teurer. Am Ende habe ich dann, Preis, Leistung, das beste Handy, wo es gibt. Ja, ich habe es nur nicht eingesehen, das zu kaufen. Weil ich, äh, ich habe es nicht eingesehen. Ich, ich, ich zahle keine, also Dings da. Ich habe dann am Ende so zwei Motorola gekauft. Die waren im Angebot. Ich zeige euch welche. Äh, Motorola Smartphone. Moment. Geil. Hier. Wallah, ich habe das für 149 Euro am Black Friday bei Saturn gekauft. Schaut mal bitte. 134,99. Bitteschön. Das ist euer Black Friday. Ich habe die zweimal gekauft. Für meine Tochter und für meinen, äh, für meinen Sohn. Okay. 149 Euro. Eins. Ja, richtig. Für die beiden. Werte, beziehungsweise sogenannte Anker zu schaffen. Und du gehst auch in den Einkaufsgeschäften rein, ne? Du gehst in den Einkaufs, ich bin ja, ich bin einer, Chad, ich habe das geliebt. Ich war Einkäufer, ich war Einkäufer für mein Leben. Äh, bevor ich, äh, bevor ich Streaming gemacht habe und so. Ich war richtiger, ähm, ich habe alles gemacht. Ich habe für zu Hause, ich habe meine Frau ungern einkaufen lassen. Ich habe es immer gerne selber gemacht. Ich hole die Sachen, ich habe gebummelt. Ich habe geguckt, oh ja, cool, hier, die, äh, Chips sind im Angebot oder so beispielsweise. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und glaubt mir, Chad, irgendwann checkt ihr die Politik von diesen Märkten. Und, ähm, die wissen, was die machen. Die wissen genau, was die machen. Gebummelt. Ja, ich habe gebummelt, aber ich meine wirklich im Einkaufsladen, ne? So wirklich so mit Nudeln, Pakete, das, 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 so. Nicht irgendwie in, 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 in Kleidungsgeschäften. Und ich kann euch sagen, Chad, bei dem, wo das mir am meisten von allen Läden auffällt, wer der größte Schnacker ist, ist leider einfach Lidl. Diese XXL-Angebote von Lidl, das sind einfach Schnacker-Angebote. Das ist einfach nicht true, das ist einfach, äh, nicht true eh. Die kommen dir mit diese XXL-Dings da, wenn du zwei Packungen, guck mal, diese XXL ist teurer als zwei Packungen von der einen Sache. Du guckst aber in dieser XXL-Packung, ist nicht so viel drinne wie als zwei, äh, bei den zwei Packungen drinne. Das heißt, du kaufst dir lieber zwei kleine Packungen statt diese XXL, äh, 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 Lüge. Versteht ihr, was ich meine? Ich schwöre es euch, das ist nicht diese, diese, diese Angebot, diese rote Ding. Und geh, egal wann, egal zu welcher Uhrzeit, geh jetzt zu Lidl rein. Die werden alle rot sein, die Schilder. Du denkst automatisch, wenn du rot siehst, dass das, dass das Ding ist, das ist schön für den Käufer. Du denkst, egal, rot, das muss, äh, das ist runtergesetzt. Du nimmst das mit, dabei zahlst du bei anderen Supermärkten wahrscheinlich sogar weniger. Das ist einfach Schnack, das ist einfach diese Verlockung. Du kaufst mit dem Auge. Und das ist auch das, was er sagt, wenn du deine Karte dabei hast. Und deswegen sage ich euch, soll ich euch sagen, wie man das am besten managt, hebt euch, sagen wir mal, 300 Euro ab, vom, vom, wenn, wenn euer Geld kommt. Legt das zur Seite und kauft nur mit Bargeld ein. Ich gebe euch mein Wort, dann werdet ihr sehen, dass man dann auf einmal ein paar Sachen lieber weglässt. Und man sagt, boah, hm, hm, weiß nicht, oder das ist kein gutes, oder sonst irgendwas. Dann guckt man eher, 100 Millionen Prozent. Diese Digitale hat uns fertig gemacht. Das muss irgendwo auch, glaube ich, sein, wegen Schwarzgeldsteuern und sowas. Aber diese Digitale hat uns fertig gemacht. Das ist einfach so. Wow, die Tiefkühlpizza hat eigentlich... Zack, Bruder, hier, machst Doppelklick, zack. Ich zeige jetzt nicht Dings, aber hier, machst du Apple Pay. Ja, Privatkonto, zack, mit Geschäftskarte, zack, bup, hältst du rauf, fertig. Du hast gerade einen Einkauf von 250 Euro gemacht, du hast gar nichts gemerkt. Deine Taschen sind genauso voll wie vorher, denkst du. Dann guckst du Ende des Monats, hä, wie, ich habe so viel ausgegeben, wo? Genau so. Das ist das leider. Eigentlich 3,99 Euro gekostet, aber es gibt 20 Prozent Rabatt, also sind 3,19 Euro ja eigentlich super günstig. Außerdem werden wir umso weniger empfindlich, was Preisveränderungen angeht, je höher der Preis ist. Wenn der Handyvertrag von 15 Euro auf 20 Euro ansteigen würde, ist das deutlich schlimmer für uns, als wenn wir bei der Telekom wären und unser Handyvertrag jetzt 120 Euro anstelle von 115 Euro kosten würde. Dabei ist der monetäre Verlust ja in beiden Fällen genau gleich. Teuren Produkten wird außerdem häufig fälschlicherweise eine höhere Qualität zugeschrieben. Teure Getränke schmecken dann plötzlich viel besser als die günstigen. Granatapfelsaft. Boah, übel nice. Schau doch mal diese Getränke hier an. Die Getränke hier in Dubai sind so nice. Wie wir Geld in Verbindung mit Zeit verstehen, ist auch sehr, naja, inkontakt. Das weiß ich jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel war. Ja, in Dubai gibt es wahrscheinlich andere Dings, ja. Da stimme ich auch nicht 100% zu. Es ist in manchen Fällen so, dass du einfach Qualität, dass sich Qualität auch bezahlen lässt. Also ich meine, dass Qualität ab und zu teurer ist. Aber nicht in jedem Fall. Nicht in jedem Fall. Auf gar keinen Fall. Beispielsweise Jodsalz. Wisst ihr, welches Jodsalz wir kaufen? Wenn wir Salz kaufen, ist es ein ganz normaler Jodsalz. Aber mittlerweile sind wir auch davon abgestiegen. Mittlerweile haben wir dieses Meersalz oder sowas. Keine Ahnung, meine Frau beschäftigt sich damit viel. Jodsalz gab es für 89 Cent und für 19 Cent. Das weiß ich. Und auf beiden Packungen stand eins zu eins dasselbe Impressum drauf. Es hat beides eins zu eins genau gleich geschmeckt. Ich bin ganz fest der Überzeugung, dass viele Sachen, die eine große Marke haben, auch Billig-Sachen herstellen lassen. In der gleichen Firma, mit der gleichen Produktion, mit anderen Verpackungen. Und sie einfach günstiger machen. Das heißt, sie konkurrieren mit sich gegenseitig. Marketing-Psychologie, für mich ist das Verarschung. Das ist keine Marketing-Psychologie. Das ist einfach du... Das ist einfach Verarschung, finde ich. Stell dir vor, du könntest in einem Jahr 10 Euro oder in einem Jahr und einem Tag 20 Euro bekommen. Fast alle von euch würden 20 Euro in einem Jahr und einem Tag nehmen. Aber was, wenn du heute 10 Euro oder morgen 20 Euro einsacken könntest? Statistisch würde ein ziemlich beachtlicher Teil von euch heute 10 Euro nehmen. Dabei sollte es eigentlich keinen großen Unterschied zum ersten Szenario machen. Wir sind auch leider nicht besonders gut darin, Geld für später zurückzulegen. Umso weiter ein Ereignis in der Zukunft liegt, desto mehr unterschätzen wir es. Deshalb geben viele ihr Geld lieber direkt aus, als es für irgendwelche abstrakten Bedürfnisse zu sparen. Da muss ich sagen, dass das wahr ist. Und deshalb ich, ich kann euch mal sagen, wie meine Frau das macht. Wir haben zweimal im Jahr Eid. Eidl-Adha, Eidl-Fetr. Zuckerfest, Opferfest. Und wir haben, also ich habe 20 Nichten und Neffen. Ja, mit meinen Kindern, also oder beziehungsweise, tut mir leid, meine Mutter hat 20 Nichten und Neffen. Ohne meine 5 Kinder habe ich 15 Nichten und Neffen. So, das heißt, wir sind eine sehr große Familie, wo viele kleine Kinder sind. Wisst ihr, was meine Frau macht? Sie kauft nicht eine Woche vor Eid alle Geschenke. Sie kauft über das ganze Jahr verteilt. Immer mal, wenn sie was sieht, irgendwo. Und sie kauft auch. Heute ist erst wieder so ein Schneeanzug angekommen für meinen jüngsten Sohn. Den hat sie von dieser Mami-Kreisel oder so gekauft. Das ist sogar nicht mal neu. Das ist nicht mal neu. Ich feiere das richtig, was sie macht. Nicht, weil wir das Geld sparen wollen, auch unbedingt, sondern Kleiderkreisel, Mami-Kreisel gibt es auch. Sondern, weil du verwendest das weiter. Das ist einfach voll gut, finde ich. Und gerade bei Kindern finde ich das sogar überhaupt nicht schlimm. Ich meine, das haben Kinder getragen und so. Ich feiere das richtig, diese Politik. Und nachhaltig, genau. Und ich feiere das richtig. Meine Frau macht den richtigen Five-Hat. Kauft über das ganze Jahr verteilt immer mal hier ein Spielzeug oder da. Manchmal gibt es auch coole Sachen irgendwo. Siehst du auch bei Mami-Kreisel oder so, so ein kleines Spielzeug. Da nimmst du auch mit. Und weil das kommt schon. Das kommt schon auf seine 300, 400 Euro. Kommen wir immer jedes Jahr auf Geschenke pro Eid. Also ungefähr 1000 Euro. Jedes Jahr gehen für Geschenke drauf für alle Kinder. Aber sie macht das einfach im ganzen Jahr verteilt. Und die sind dann immer oben auf unserem Kleiderschrank. Und ich denke dann immer so, kreis, ey. Sie hat diese Geduld dafür. Und dass sie das auch macht. Ich hätte da gar keinen Bock drauf. Ich würde sagen, ey, morgen ist Eid. Okay, gut, ich gehe heute schnell Geschenke kaufen. Tak, 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 tak. Fertig. Kinder wachsen so schnell. Genau richtig. Genau richtig. Und dann kaufst du denen deinen Adidas-Anzug nagelneu für 90 Euro. Tragen die drei Tage. Zwei Tage davon waren die in Fitze damit spielen. Und dann kannst du denen schon wieder weggeben. Diese Mami-Kreisel und sowas. Ich feiere das unnormal. Ich feiere das unnormal. Diese Nachhaltigkeit, dass du... Ja, bei uns aber auch sowieso nichts. Ich sag ja, wir haben 20 Nichten und Neffen. Also das sind... Bei uns geht alles immer so rum. Wie ein Kreis. Was hast du bezahlt? Um die zwei haben die gekostet, ja. 200? 2000. Viele Leute überwinden aber ihren inneren Schweinehund und sparen Geld. Vielleicht investieren sie es sogar. Aber je nachdem, wie man Geld verdient hat, bewertet man es unterschiedlich. Und dementsprechend legt man es auch unterschiedlich an. Stimmt. Wenn wir jeden Monat arbeiten gehen und einen Teil unseres Gehaltes beiseite legen, haben 1000 Euro einen höheren Wert für uns, als wenn Oma uns das Geld zu Weihnachten schenkt. Oder wir es innerhalb von 10 Minuten im Kryptomarkt gewinnen. Mit dem nicht erwarteten Geld geht man dann häufig leichtsinniger um, als mit dem erarbeiteten, erwarteten Geld. Dabei ist der Wert des Geldes jeweils eigentlich genau gleich. Aber wo wir gerade bei schnellem Geld durch Krypto sind, hier warten so richtig viele Fallstricke. Letztes Jahr gab es einen krassen Krypto-Boom. Wenn man sieht, wie alle Kryptowährungen in die Höhe schießen und Leute über Nacht zu Multimillionären werden, will man was vom Kuchen abhaben und folgt vielleicht blind den Trends. Man glaubt, dass die letzten Monate etwas über die nächsten Monate aussagen. Das ist oft ein gewaltiger Fehlschluss. Man glaubt nicht daran, dass man selbst auf der Verliererseite sein könnte und überschätzt das eigene Gespür für die Märkte. Vor allem, wenn Kurse steigen, sieht und hört man nur die Leute und Gruppen, die ganz dick Cash gemacht haben. Und nicht die unzähligen, die Geld verloren haben. Die fucking Cheers to all, y'all. Das kreiert ein teilweise völlig verzerrtes, viel zu optimistisches Bild vom Geschehen. Wenn die Kurse dann fallen... Was sagt ihr Kryptow oder L? ...hat man schnell eine Erklärung für den Absturz gefunden. Hm, ja, ja, war eigentlich völlig klar, dass es bald zum Crash kommen würde. Es lohnt sich, sich verbreitete... Was sagt er, was sagt er, was sagt er? ...zum Crash kommen würde. ...und dann fallen hat man schnell eine Erklärung für den Absturz gefunden. Hm, ja, ja, war eigentlich völlig klar, dass es bald zum Crash kommen würde. Es lohnt sich, sich verbreitete Fehlschlüsse und Irrglauben mal genauer... Und dann habe ich eine Frage von euch, was ist besser von euch? 1.000 Euro ein Jahr liegen zu lassen oder 1.000 Euro in Krypto zu investieren? Beispiel. Liegen lassen. Aber Inflation sagt euch was, ne? Das Geld verliert jedes Jahr an Wert. Liegen lassen macht man immer Minus. ...anzuschauen. Es kann dabei helfen, seine eigenen Entscheidungen zu hinterfragen... und sich seinen persönlichen Schwächen bewusst zu werden. Dieses Video kratzt dabei nur an der Oberfläche. Von sozialen Faktoren bis hin zu den hartnäckigen psychologischen Folgen, die eine Überschuldung mit sich... Ich würd fühlen, wenn Simplication muss ein richtiges, ausführliches Video über Bitcoin macht. ...bringen kann. Es gibt noch viele weitere Aspekte, die unseren Umgang mit Geld beeinflussen. Das alles ist ein extrem wichtiges Thema. Es wird viel zu wenig darüber gesprochen, wie schwer ein gesunder, nachhaltiger Umgang mit Geld ist. Jeder hat jemanden im Freundeskreis, der sein oder ihr Geld dauernd verballert und immer broke ist. Schickt dieser Person doch einfach mal dieses Video. Also, ich find, das Video hat gar nicht so viel ausgesagt. Es hat einfach nur, also, weiß ich nicht. Es war nicht schlecht, das Video. Es war okay. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ja, keine richtigen Kernaussagen. Kann sein, ja. Kann sein. Bis zum nächsten Mal. ... Bis zum nächsten Mal.